Hallo, mein Name ist Wolfgang Sellier, ich bin der schwäbische Botschafter und habe Ihnen heute ein schwäbisch-internationales Weihnachtsgutzle mitgebracht. Es handelt von meiner Tante Ingeborg. Meine Tante Ingeborg geht auf die 80 zu und bestellt seit Jahrzehnten bei Wittweiden, Neckermann und Otto diverse Dinge. Jetzt hat sie vor kurzem versehentlich einen Heimbetonmischer bestellt. Und das war's, wirklich genügend. Jetzt hat sie auch noch das Internet entdeckt. Ingepstelz, Ingepstelz, ganz egal was ist, Tatsach sich im Ohr geboten abstellt, die jeden mischt. Ingepstelz, Ingepstelz, sie ist total im Glück, gleich nachdem sie's auspackt hat, schickt sie's wieder zurück.